2015 Du bist schon unten? Jep, jetzt. Der da bin ich. Wo bist du denn? Mit der Funzel. Der da? Fuck you! So mit der Funzel. Schau hier wie sie aufgesprungen. Ja. Ich bin ganz oben, ich bin ganz oben. Wirklich? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich bin ganz oben. Oh mein Gott. Maxi, E6. F4. Passt, sind wir noch beieinander. Oh shit, ich bin wieder genau in Pleasant Valley. Weil ich muss da wieder hin wo ich war. F4. F4. Okay, du bist rechts über Pleasant Valley. Ja, ich muss trotzdem jetzt gar Waffen holen. Ich glaub da ist schon jemand. Und... Ah, flugschweil dabei. Ja, wo ich dabei vorhin bin. Yes. Yes. Genau vor dem Eingang. Passt. Boah, ich bin gerade echt... Oh shit. Mit jemand... Mit zwei Leute gelandet. Ich verpiss mich. Scheiße, das kann doch nicht sein. Das sind natürlich keine Waffen. Oder Rucksack. Nicht... Gib diesen scheiß Backpack auf den Arsch. Ja, da schierst schon wer. Ich bin gleich weg Harry. Nein Maxi. Ich bin im Pleasant Valley. Ja, dann bist du gleich weg. Ja, also wenn da... Oh, da starrt wer. Oh, der war jetzt hoch auf der Mauer da oben. Den hock jetzt gleich nieder. Holy shit. Get out of here! It's my house. Gut, wenigstens... Weil da ist ein M. 1911. Und zwar... Round 2. Oh, jeder, die geben schon wieder Gas. Ich werde jetzt gleich sterben. Weil der Typ da fallen wir wahrscheinlich auch... Wollen wir pumpen hin? Der ist gleich ins nächste Haus rein. Jetzt bin ich sicher. Oh shit, da liegt ja alles. Fuck. Pump shot, Mann. Shit. What the fuck? Blut nach, blut nach, blut nach. Das war eher 15. Der Tod war gerade so fürs Licht vorher. Das war so... Scheiße. Ich guck beieinander, fuck. Ich guck beieinander, fuck. Der hat halt direkt bei mir geschossen. Fuck. Was hast du für Positionen? Kannst du nachschauen? E5. E5, okay. E5. Ich guck nicht. Also jetzt renne ich wieder ein Stück zurück. Ehh... G4 habe ich jetzt gerade. Ja, ich muss wieder das Auto holen, was ich zuerst gewählt habe. Das ist ja sicher auch wieder da. Weil es ist so arg da. Total. Ja, und wir müssen... Also mit dem Schießen... Das haut einfach nicht so gut hin. Ja. Kein Sie mal drunter. Oh shit. Oh shit. Ich hab gerade auf einen geschossen, das wollte ich gar nicht. Weil mir ist der Finger ausgerutscht, weil ich mich so geschreckt habe. Ja ja. Oh fuck. Ja, wo bin ich... Ich muss da oben, das heißt immer so Nordwestern. Da vorne ist ein Jeep. Das ist eine Farre. Wahrscheinlich. Ja, weil da habe ich gerade einen Renner gesehen. Der ist da eingestiegen und warte einfach nur bis es irgendwer zeigt und dann fährt er dann immer noch auf und das war ein Epoi. Da sind echt Arschlöcher unterwegs, gell? Da ist der grüne Jeep. Steig ein, steig ein, steig ein, jetzt der Wicke und go! Alter! Jawohl! Jetzt gibt es wieder diesen grünen Truck, das hat mich vorher gesehen. Jetzt nicht. Schon langsam habe ich den Dreh da raus. Ich bin auf F3. Ich bin Defend. Okay, ich komme wieder an, bitte zu dir, das passt. Okay, passt. Ich renne mal da drüber, ich hoffte, ich rüber in den Faden. Erst mich. Wow, shit! Ja! Shit! Wir rennen echt gerade zu der Zeit drüber, das ist ja ehrlich. Yes! Nice! Oh, shit! Oh, shit! Nein, ich meine nur, also quasi nicht zu weit fahren, weil dann haben wir uns schon angekündigt, super wird es hier kommen. Also dann zu Fuß weitergelaufen, das wird jetzt okay. Ach so, ja, dann fahre ich halt in den Wald. Ich meine, da werden jetzt noch nicht alle sein. Na ja, einer reicht! Ja, das war echt. Ja, stimmt. Oh, shit! Tschüss, Abdo! Okay. Ey, du erschierst dich vorher schon, weil wir die letzten zwei sind. Wir kommen jetzt runter. Ja, Richtung Flugzeug, genau, was ich jetzt sehe. Dann kommst du runter, ja. Du bist ein bisschen vor mir. Ja. Ja, da bist du. Ja, Osten im Endeffekt. Da müssen wir genau hin. Wir sind G6 und wir müssen I6, nein, I7 eigentlich, Südost. Ja, das ist egal. Einfach dort hintere halt. Ja, genau, da wo du wohnst im Endeffekt. Ah. Ja, ich sehe, ja genau. Ja, ja. Also du orientierst dich an den blauen da. Ich schaue da nicht nach. Wir müssen auch schauen, dass du da näher sitzt. Ja, ja. Ich mag nicht mitten rein rein. Ich schaue, ich muss, ich muss mitten rein rein, weil letztes Mal, wenn ich genau wie ich das Gas kam und dann haben wir einfach wieder erschossen. Ah. Ja, ich weiß nicht, das ist sowieso. Wir werden sowieso einfach wieder erschossen werden. Ich schaue es, die Schürzen. Wenn sie sehen. Und wir, die Schürzen, ist so gering. Das stimmt. Da sitzt einer. Es sind zwei. Boah! Es sind drei. Ich hab drei umgebracht. Ja, Pri, bist du depport. Holy shit. Ich hab drei umgebracht. Ja, da sind drei gesessen. Ich fliegt. Ja, ich sehe es. Boah, bist du depport. H7. H7. Das heißt, wir müssen fast noch ein bisschen... Ja, ja, wir müssen da... Ich weiß nicht, wo das endet. Ja, da müssen wir halt dann... Das kann schon sein, dass wir noch ein bisschen weiter aufhören. Richtung 6. Im Nordosten genau, hätte ich gesagt. Das Auto. Da ist ein Auto, Maxi. Das Auto. Das Auto. Oder hab ich doch gekrockeert? Oder da ist schon mehr? Nein, nein, da parkt uns. Da hat schon wer geparkt. Das heißt, da ist wer. Ah fuck, was hier auf. Ja, im Nordosten müssen wir noch ein Stickerl. Das ist recht. Ja, das Problem ist, dass da ein Auto parkt. Der weiß genau, ob das oder irgendwas ist. Ja. Der ist da schon eine Grenze. Das bist du, oder? Ich bin neben dir, ich bin neben dir, ja, ja. Ungeschossen. Ja, puh. Ungeschossen. Das Problem ist, wenn man sich bewegt, die Herren ja da ist. Ja. Ja, klar. Boah, das ist echt unheimlich, ey, jetzt. Absolut geil. Das ist so ungut. Ich weiß jetzt vor allem nicht, was ich für buffen nehmen soll. Weil die AR, die ist echt nicht so gut eigentlich. Nein. Schade sein, wenn du da nicht hast. Ja, hab ich. Das ist bumm voll. Ja, nimm's. Das ist Nahkampf. Der beste. Ja. Da schnallt's einmal hin und der Hand ist hin. Oh shit, gas production. Alter, da kommt direkt der Dings. Einer. Was? Da hat's direkt da unten, Richtung Nord, Nord, West. Stimmt. Sechs. Fuck you, Alter. Oh shit. Jetzt wird's gleich schebern, Harry. Aber schön war's, weil jetzt sind wir gekommen. Zumindest schaut jeder. Ja. Ich hoffe, dass du nicht recht mutzmäßig bewegst. Dann bleibs jetzt hin. Ich bewege mich kaum. Ich schaue eher hinter uns. Boah. Erstes. Gas production. Okay. Ist immer noch. Hinter uns ist nur noch Gas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand überlebt wird hinter uns. Boah. Nee, das Auto. Das Auto gestartet. Boah. Was war das? Das ist so explodiert. Was war denn das? War das eine Miene? Ey, ich rauf hier zu dem Auto. Ja, kann sein. Wirklich? Bist du arg? Ich traue mich nicht. Warum? Weil der jetzt gleich aussteigt. Ja, aber da schaut doch jetzt gerade jeder hin. Okay. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass das da drüben auch Spieler ist. Nein, ist keiner. Oh. Da wird schon geschossen. Hey, da ist ein Spieler unten. Soll ich den nachholen. Bei dem Ding? Das ist ziemlich dumm, ja. Ich fange an. Ich fange an. Ja, ist eingestringend in sein Auto und fährt wieder weiter. Der hat sich das Zeit geholt. 14 Leute. Ja, sind wir aufgerissen, oder? Bist du... Achso. Ich bin hinter dir, ich sehe dich. Das Auto, ja. Rennen wir ihm nach. Sollen wir ihn kaputt machen? Ja, geht schon. Okay, und gar. Oh. Nein, jetzt nicht. Schießt. Ich schieß. Da hinten bei dem gelben Haus ist der Typ. Sechs. Das Auto auch. Ich renne ein bisschen außen rum. Oh, shit. Da schießt mehrer Leute jetzt. Ich bin bei dem Wrack. Da kommt ein anderes Auto. Von da drüben Seiten. Ich bin im Newe. Ah, Newe kommt! Wo ist der Exit? Sag mir die Richtung bitte, Maxi. Äh, Nordosten rein ich gerade. Da steht zumindest der Auto. Nordosten. Ich sehe ihn kaum. Ich seh nichts mehr, Harry. Das bin ich, glaube ich. Nein, ich schieße nicht auf die. Das ist ein anderer. Das war für ein anderer. Ich hab nichts mehr gesehen. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Das ist ja das Problem. Bist du das? Lebst du noch? Ja, ich bin nicht unten. Ich bin nicht unten. Ich hab zwei Leidungen. Oh, shit. Die fahren alle mit den Autos. Da muss man sehen. Ja. Oder zu meiner Leiche. Der ist genau bei meiner Leiche. Das passt schon. Ich muss Richtung Norden rein. Ich glaube, da hört die Taxi Cloud auf. Aber... Also, ich hab jetzt nichts Blaues mehr gesehen oder so? Naja, keine Ahnung, wo die Taxi Cloud aufhört. Leider. Die sind alle in die Autos. Und ich glaube, du kannst nur in einem Auto überleben. Du bist gestorben. Ja, das... Also, hab mich halt einfach gefressen. Leider. Folke. So... Ich denke, du hast Aquí gemacht, Dich.